Ah, Daniel, ein riesiger Meisterdetektiv Pikachu, verfolgt mich, Hilfe! Oh Gott, oh Gott, nein, er hat mich geschnappt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und oh, hey, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem neuen Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Celtics-Army, das würde mich sehr, sehr glücklich machen und, Freunde, ihr seht es, ein riesiger Mutant-Pikachu greift uns an und er zerstört die ganze Stadt, Daniel. Oh, ja, schieß drauf, jetzt viel zu viel Leben, ey, ich glaube nicht, dass wir den besiegen können. Oh Gott, 400.000, ich glaube es nicht und warte mal, guck mal, wie der aussieht, ey, der hat ja ein richtig verrücktes Gesicht und, nein, 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 ich habe nicht über dich gelacht, alles gut. Oh Gott, oh Gott, nein, Daniel, er hat dich gefressen, lass, nein, Daniel ruht, bam, 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 das darf nicht wahr sein, Freunde, wir müssen ihn auf jeden Fall besiegen, schaut euch das mal an, wie viel er schon zerstört hat und er zündet alles an und die ganze Stadt und, nein, 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 Freunde, geh weg von mir! Unsere Attacke! Unsere Mission heute ist es, Freunde, den riesigen Mutanten Pikachu auf jeden Fall zu vernichten und somit auch die Stadt zu beschützen und, Daniel, du musst mir helfen! Ja, ich suche mir gerade ein paar Münzen für bessere Waffen. Oh Gott, nein, er hat mich geschnappt und der sieht so hässlich aus, ey, ich glaube es nicht. Ach, Mann, oh Mann, aber ich hoffe, wir werden es echt schaffen, den zu besiegen und, oh, da ist der Rick schon wieder, Freunde, und, oh Gott, oh Gott, bam, volle Attacke vorwärts und, warte mal, was haben wir noch? Wow, hier sind wir mega, mega schnell und können einfach richtig gut abhauen, okay, Freunde? Das müssen wir uns auf jeden Fall merken und was ist das hier? Warte mal, das ist ein Taco, hä? Den kann ich einfach essen, das bringt mir, ah, gar nichts und auf einmal kommt der aus der Wand geschossen, bam, 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 der zerstört das ganze Haus, wo bist du, Daniel? Ich habe keine Munition mehr. Wie, was, hier gibt es Munition? Oh Gott, oh Gott. Ich weiß es nicht, ich kann nicht schießen. Das darf nicht wahr sein, Freunde, wir sind auf uns alleine gestellt und er zerstört hier alles. Das darf nicht wahr sein, Freunde, ich kann auch nicht mehr schießen. Das darf nicht wahr sein, nur noch mit der Uzi. Nein, er hat mich aufgefressen, das darf nicht sein. Oh Mann, oh Mann, aber komm schon, Freunde, wir müssen es schaffen, die Technifikation zu besiegen. Nein, alles gut bei dir? Der verfolgt mich. Oh nein, oh nein. Hey, du da, lass da hinruhen, schnell, Freunde. D-d-d-d-d. So wie, wie sieht der denn aus, wenn der Leute aufrückt? Das sah gerade mega lustig aus, Freunde. So, volle Attacke. Auf seine Nase, dort ist seine Schwäche, Daniel, hast du gehört? Okay, auf die Nase. Genau, auf die Nase. Aber ich habe nicht mehr Munition. Oh nein, oh nein, das sieht echt ganz und gar nicht gut aus. Freunde, können wir uns doch irgendwas kaufen? Wir können uns doch, jawohl, einen Revolver kaufen. Das ist mega, mega krass. Und mal schauen, wie stark der Revolver ist und bam, volle Attacke. Komm her, Pikachu, wir werden dich vernichten. Warum rennt der nun mir hinterher? Das darf nicht. Daniel, ich sehe dich, ich sehe dich, Daniel. Pass auf, komm schon, komm schon. Warte, Freunde, los, Attacke. Und nicht ins Glas aus, Daniel, sonst zerstört er das Ganze. Ah, Glashaus, oh Gott, oh Gott. Nein, Freunde, schnell und weg, ihr Rettet. Guck mal, was ich habe. Was ist das denn? Das ist mega lustig, da bin ich einfach mega, mega schnell. Aber wow, der zerstört das ganze Haus, Daniel. Wir müssen richtig gut aufpassen. Oh, 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 oh. Warte, ich such mir ein paar Münzen, dann könnte ich mir die Uzi kaufen. Jawohl, die ist richtig, richtig krass, die Waffnode. Die hat immer noch 350.000 Leben. Nein, pass auf. Oh, warte, Freunde, wir müssen Daniel retten. Los geht's, ab geht's in Rettungsmission. Wir rennen vor Daniel, Freunde. Und jetzt ab geht's. Nein. Nein, Daniel, das darf nicht wahr sein. Daniel ist jetzt in dem Bäuchlein von diesem riesen Pikachu. Hey, steh dich nur so rum. Hilf uns. Oh Gott, oh Gott. Bam, bam, bam. Oh Gott, Freunde, schnell hier weg, schnell hier weg. Und ah, was ist denn hier los, Freunde? Schnell hier noch alle Münzen einsammeln. Und dann können wir uns vielleicht, wow, 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 bisschen bessere Waffen kaufen. Und der verfolgt mich die ganze Zeit. Das darf noch nicht wahr sein. Okay, Freunde, was gibt es hier alles noch? Hier kann man sich Gravity Coil kaufen, okay? Das ist mega, mega verrückt. Aber was macht das jetzt, Freunde? Und wow, damit kann ich mega hoch springen. Guck mal, Daniel. Warte mal, ich kletter gerade den hier, ich kletter gerade den Kran hoch. Den Kran und, ah, oh Gott, oh Gott, Freunde, ah, schnell hier weg. Oh, das war mega knapp. Der hat die anderen aufgefressen. Und weiter geht es, Attacke. Warte mal, Freunde, ich schieße da vorne, aber ich kann währenddessen nach hinten schießen. Das ist ja mega, mega OP einfach, Freunde. Volle Attacke auf den riesigen Detective Pikachu. Los geht's, Daniel. Nein, warte mal, ich suche noch Münzen. Oh Gott, bei mir sind so, so viele Münzen, ey. Okay, und zack, zack, zack. Der frisst hier die ganze Zeit die ganzen Menschen auf. Ah, nein, 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 Freunde. Und schnell hier, boi. Schnell hier weg springen, Freunde. Und Freunde, schreibt mal genau jetzt unten in die Kommentare. Denkst du, wir wären den Angriff vom Mutanten Pikachu? Nein, ich bin schon wieder aufgefallen. Nein, denkst du, wir wären den Angriff vom Mutanten Pikachu? Ah Gott, überleben. Und wenn du mir und Daniel dabei helfen willst, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Und bam, weiter geht es. Okay, Freunde, wir haben so keine Chance leider. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt nochmal hier so ein paar Punkte, Freunde. Hey, komm, ich hab Dibby Kong gefunden. Der spielt Donkey Kong. Und Schreck ist hier. Komm mal zu mir. Okay, warte, warte, Daniel. Ich kaufe mir jetzt auf jeden Fall die AK für 400 Dollar. Hier bin ich hier. Das ist mega, mega krass. Okay, und hey, was geht ab, Daniel? Was ist los? Alter, das Haus ist mega cool. Warte. Okay, wir gehen jetzt raus. Und warte mal. Warte. Was ist denn hier los, Freunde? Hier ist einfach eine Nintendo. Warte mal, das ist Donkey Kong. Und der spielt Donkey Kong. Das ist mega verrückt. Und hier liegt Schreck rum. Das ist mega, mega verrückt. Aber, Daniel, wir haben keine Zeit für Späße. Freunde, ich hab eine mega krasse Idee. Ich kaufe mir jetzt einfach einen Granatlauncher. Oh, je. Und wenn der nicht OP ist, dann weiß ich auf jeden Fall auch nicht, Freunde. So, warte mal. Ich hab jetzt den Granatenwerfer. Und, bam, ich kann jetzt einfach Granaten reinschießen. Und die explodieren einfach. Das ist mega, mega verrückt. Warte, freu mich. Hey, wie schade macht das? Warte, ich treff mal genau. Bam. Und, hey, ich glaube, die, ah, die prallen ab, die Granaten. Oh, Mann, ey, du musst sie genau hinwerfen. Warte, ich hab die Ozi. Jawohl, sehr gut. Ich werfe die Granaten. Und du schießt mit der Ozi. Oh, du verlierst ja richtig viel Leben jetzt. Das ist eine sehr, sehr gute Taktik. Pass auf. Pass auf, Daniel. Okay, mit den Granaten. Wow. Mit den Granaten draufschießen. Nein. Das darf nicht wahr sein. Aber wir werden es auf jeden Fall so schaffen, Freunde. Und ich glaube, diese Waffe ist irgendwie kaputt. Ich kann hier bitte nicht schießen. Das, nein, darf doch wohl nicht wahr sein, Freunde. Aber wir werden es auf jeden Fall schaffen, diesen hässlichen Pikachu zu vernichten. Auf die Nase. Genau, auf die Nase. So, bam, bam, bam. Ich werfe weiter mit den Granaten drauf. Volle Attacke. Oh, oh, oh. Ich stecke fest. Pass auf, pass auf, pass auf. Wir werden es schaffen. Okay, die Hälfte vom Leben ist schon mal weg. Ah. Pass auf, nein. Nein, ich habe ihn wieder aufgegessen. Das darf nicht wahr sein. Okay, wir müssen weiter mit den Granaten drauf. Ja, Freunde. Ah, er verfolgt uns wieder. Aber er wird keine Chance gegen uns beide haben. Wir werden ihn hart zerstören. Rückzug. Oh Gott, schnell hier weg, Freunde. Zack, zack, zack. Aber Sandy, schau mir, was ich trotzdem habe. Oh Gott, oh Gott. Warte, Daniel. Ich kann gerade nicht. Ich werde gerade verfolgt von ihm. Schnell hier. Warte mal, Freunde. Weg. Ich habe einen Taco. Warte mal. Ich habe auch einen Taco da. Guck mal, wir sind jetzt Taco, Brüder. Lecker schmecker. Oh. Warte mal. Was ist denn? Ah. Jetzt, Posti. Das hat mich gerade mega verwirrt einfach. Tja. Komm doch her, Pika, Pika. Du bist so hässlich, ey. Du wirst gar keine Chance gegen uns haben. Und du wurdest gleich schon besiegt. Er hat nicht mehr viel Leben, Freunde. Aber er hat gerade den Kran zerstört. Was? Das darf nicht wahr sein. Das war da jetzt gerade. Oh Mann, oh Mann, Freunde. Ganz, ganz schnell weg. Und jetzt abgeht es wieder mit dem Granatenwerfer wieder drauf. Der macht richtig, richtig krass Schaden. Bäm. Volle Attacke. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, ey. Ich kann leider nicht helfen. Oh nein, oh nein. Kein Problem, Daniel. Wir werden es auch so auf jeden Fall schaffen, Freunde. Oh, dann drück mir die Daumen. Bam, bam, bam. Mit dem Revolver voller Kraft voraus. Okay, du wirst in Ruhe mein Taco essen. Wow. Was ist denn hier los? Ey, hier geht gerade richtig, richtig krasse Action ab. Bam, bam, bam. Wir treffen ihn auf jeden Fall mega, mega gut, Freunde. Nein. Jetzt greift er mich wieder an, Freunde. Ab geht's mit Granaten. Warte mal, ich helfe ihm mit meinem Taco. Was? Du kannst doch nichts mit dem Taco machen, ey. Ach, Manno, Daniel, ey. Und? Taco, nein. Oh Gott, ey, du bist so verrückt. Du kannst doch nicht so einen riesigen Mut-Tattel mit einem Taco angreifen. Ach, Manno, ey. Oh, was ist denn jetzt los, ey? Das kann ich ja alles zerstören. Bam, bam, bam. Aber er kann nicht mehr viel Leben haben. Wir haben es gleich geschafft. Warte mal, ich helfe dir. Jawohl. Ich weiß nicht wie. Ich lenke den ein bisschen ab. Ah, was ist denn jetzt los? Warte mal, das ist jetzt Michanichu. Was ist das denn? Freunde, Pikachu hat sich einfach verwandelt. Was ist das, freaking Banana? Jetzt ist er einfach Michanichu geworden. Also, was ist denn jetzt los? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, das ist die stärkste Version. Wow, der schießt Laser auf uns. Oh Gott, Freunde. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Was war das denn, Freunde? Nein, nein, nein. Was ist denn jetzt los? Freunde. Oh Gott, oh Gott. Er hat nur noch 50.000 Leben. Und deswegen hat er sich in seinen Roboter verwandelt. Und der schießt solche Laser. Was geht mir jetzt ab? Oh Gott, okay, Daniel. Okay, sehr, sehr gut. Ich zöge den Granaten, wir erfunden. Jetzt ab geht's. Wow, mit Granaten drauf, ja, Freunde. Der ist ja auch viel, viel stärker. Und vor allem auch viel, viel schneller jetzt. Das darf nicht wahr sein, Freunde. Aber er hat nicht mehr viel Leben. Und dann haben wir den bösen Pikachu besiegt, Freunde. Ah, nein. Er hat mich wiederbekommen. Er ist so, so OP. Das ist die Weiterentwicklung von Meisterdetektiv Pikachu. Nur noch 20.000 Leben. Jawohl, 20.000 Leben. Volle Attacke jetzt auf den Meisterdetektiv Pikachu. Und dann werden wir es gleich geschafft haben. Ich werfe noch ein bisschen mit Granaten drauf. Und komm schon, 10.000 Leben. Nicht mehr viel Leben, Freunde. Und dann, oh nein, 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 nein. Haben wir ihn besiegt. Schnell ihr weg. Das darf nicht wahr sein. Komm schon. Jawohl, jawohl. Jawohl. Weiter geht's. Und wir haben es geschafft. Wir haben den Mutantenmeisterdetektiv Pikachu besiegt. Oh yeah. Oh yeah, super cool. Oh yeah. Und dann würde ich sagen, Freunde. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandex-Army. Schaut unbedingt bei Daniel vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.